Musik Vielleicht erstes Mal. Erstes Mal. So viel Spannend. Bist du aufgeregt? Ja. Ruhe, bitte. Mein Name ist Elke Hofmann und ich begrüße Sie heute im Namen der Sparkasse Duisburg zu unserem Schülerschachtturnier hier im Immobiliencenter. Ich heiße alle Schülerinnen und Schüler herzlich willkommen, alle Eltern, alle Zuschauer, alle Großeltern und wer sonst noch alles da ist. Die Turnierleitung und die EDV unterstützte Auslosung und Auswertung der Partien übernimmt, wie immer, der PSV Duisburg. Weißt du denn, was gewonnen wird heute? Geld. Geld, wie viel? Erster Platz 100 Euro, zweiter 50 Euro. Genau, stimmt. Ich wünsche euch Schachmatt. Auch ich möchte euch allen recht herzlich zu diesem Schachtturnier, dem 24. Schüler-Schachpokal, der Sparkasse, begrüßen. Vor allem möchte ich dir aber der Sparkasse Duisburg danken, dass ihr das Turnier organisiert und euch diese vielen schönen Preise in Ausricht stellt. Ich kenne kein anderes Turnier, wo es so tolle Preise gibt. Bitte einen Applaus für die Sparkasse Duisburg. Applaus Und das hat nur ein Schachắpers für die Wirkung. Und das hat auch einen Schachfunktionier. Und du bist heute zum zweiten Mal hier beim Schachterball? Ja. Und wie gefällt dir das? Gut. Wie war denn jetzt, Karin, so die erste Partie hast du gewonnen? Nee, der Junge und das war ein bisschen schwerer. Okay, aber ist ja nicht schlimm, lässt du dich nicht von unterkriegen, oder? Ja. Und beim ersten Mal, kann ich mich daran erinnern, letztes Jahr, da hattest du noch so ein bisschen Angst. Das ist heute gar nicht mehr so, oder? Heute hast du Spaß, oder? Ja? Ja. Das heißt, du wirst jetzt immer dabei sein bei diesem Schachterball hier? Ja. Spielst du denn regelmäßig Schacht auf zu Hause? Ja. Oder auch in der Schule, oder wo spielst du Schacht? Weil zu Hause übe ich immer. Zu Hause spielst du immer? Weil zu Hause übe ich auch manchmal. Okay. Und spielt dein Papa immer mit dir, oder mit Papa? Mein Papa und... Mein Papa. Dein Papa und dein Papa. Und wer gewinnt da an? Ich habe drei, viermal oder siebenmal gewonnen gegen meinen Papa. Ich habe drei, viermal wie ein Kind und den Papa. Ich habe dich nicht gern Luca. Aber das war ja, dann würde ich... Ohne mein Papa. Vielleicht kann ich mir laufe, Quinne Kinder. Und ich habe Daten wieder. Du Autos der heutigen Reibe. Ich habe mich immer in dir, Till ekspruit war. ville. Was mein Papa und Meter betit hat mich nicht Talent? Ja, dem Europa. Schachter. Du encl Приge jemandem L administrer. Und ich meine� mä. Bedeutat! Ich hau pendant. Und ich bin persönlich Objekt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020